Kann man Gas geben? Was sagst du? Soll man Gas geben? Ja, gib Gas. Jetzt? Voll drauf tappen? Irgendwo noch hüpfen. Linke Seite? Ja. Dritten Gang, ey. Dritten Gang? Na, krass. Gerade. Geradeaus? Kann man Gas geben ein bisschen? Jetzt? Gib Gas. Muss man sagen bis vor. 130, dritter Gang, 140. Langsamer, langsamer. Hier rüber? Ja. Pass auf. Und jetzt ziehen wir durch, Robin, jetzt. Pass auf über den Hügel für die Polizei. Ach so, für die Polizei. 160, Robin, waren wir schon. In dritten Gang. In dritten Gang. Ja. So, fahren wir jetzt gerade raus weiter. Ja, du. Steig rein. Jetzt, okay. 130, hätten wir runterschalten können. Vierter Gang. Pass auf. 150. Pass auf, pass auf. Vierter Gang. Ja, immer noch. Zweiten Gang. Jetzt fahren wir, einfach geradeaus. Rechts, rechts. 160. Rechts. Rechts. Vierter Gang. Ja. Vierter Gang. Vierter Gang. So, sag was für die Deutschen. Also, wenn er einen Ferrari kauft für 150.000 oder 200.000, ich weiß nicht, dann ist das bestimmt das Podant dazu. Ihr braucht da keine 100.000 auf dem Tisch liegen. Der Wagen läuft wie verrückt. Der will gar nicht mehr anhalten. Einmal am Gas zieht der voll durch. Der geht spitze bis 260. Wir haben einen Turbolader drin, der schaltet bei 3.000 Umdrehungen ein. Schaltverhalten, unwahrscheinlich spielerisch zum Fahren, wirklich wie ein Kleinwagen, kinderleicht zu handeln. Und liegt auf der Straße. Er fährt wirklich wie auf Schienen. Unwahrscheinlich. So, ich muss noch ein bisschen langsamer machen. Da stehen 60 Meilen. Sonst zahlen wir noch ein Ticket. Und die nächste. Schaut uns auf die Homepage an. Genau. Schaut auf die Homepage, guckt euch das an. Also, da macht einfach nur noch Spaß. Da hat man Spaß am Fahren. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Euer Manfred Meurer. Live aus Texas. Ich bini. Jungs Dietz war Deutscher 다�.? Ich ich... Da 199-1. Musik Sitzung. 5 Sekunden. Und da macht einfach nur noch mal etwas Druckes. Vielen Dank.